das war mal acht geste freien modus hatte gesagt im toiletten pause ja stimmt aber erstens das und die haben wir alle und aktualisieren geht nicht mehr alles gut ich bin gleich wieder macht das geht gleich weiter mit der nächsten mission da hieß es wieder wo ist der slip ich muss das aufnahmegreicht ziehen ich will die gut hat los wie gut ich angezeigt ich will die go baby so achtzig tausend meint es mal wieder 1,5 millionen ja dann mit der raketenwerfer weisse ich brauche halt noch die die schüsse ja ich habe die schüsse auch gemacht habe aber keine 40 millionen bekommen ich weiß nicht wie viel ich jetzt brauche neun wenn es richtig gezählt habe aber ich weiß nicht genau ich probiere ich jetzt gerade einfach raus aber eigentlich habe ich ja für die zehn brauche ich noch um die mission um die links zu bekommen so mal gucken das Problem dass er nicht auf den kopf zieht weil er dann auf links zieht die weg zwei also drei insgesamt habe ich geladen baby geht arbeiten eins sie die ja und ist die aber wenn du willst können wir danach haben wir noch auf die standrennen wechseln wir können auch eigentlich weil ich bin ja gar nichts von spaß hat aber es liegt bisher noch an euch mir ist es egal weil ich gerade soll ja wo ich zum beispiel commission ja kann man mal gucken machen wir dann auch ja wir können ja mal gucken wenn wir dann erst mal alle mit häkchen durch haben da können wir immer noch wechseln haben wir noch ein bisschen luft wir haben wir noch alle stunden also müssen zeit ist noch so da wäre man meistens so dreieinhalb vier stunden aufnehmen am stück haben wir ja noch ein bisschen zeit aber wir verfolgen wenn wir rauskommen hängt ein bisschen immer von der länger der missionen ab und so länger die mission natürlich umso weniger können wir mal ein stück aufnehmen aber wenn du wirklich so zehn minuten viertel stunde dinger nur drin hast dann kriegst du natürlich viel raus ich habe jetzt mal waren so fast für zwei wochen material habe ich gesagt das machen wir halt öfters damit war ich lasse mir jetzt gerade ein bisschen die werden im sommer wenn ich jetzt natürlich wenn es weiter weg schieße dann die müssten über halb oberhalb stehen ja 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 das feinde das war schon feinde da die hat ich wollte nur so dass wir dann auch geschützt sind so ihr könnt ja dann hier ich nehme schon mal ja ich habe schon die drei die darum stand weg geschossen baby will das nehmen gut okay ich habe mal den einen der noch umsteht dass das hier wird er nicht gefahren dankeschön ich bin ja das gut dann steht nämlich einer irgendwo der nächste der mich jetzt und für die beiden autos okay ja 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 alles gut na dann fahr ich heute mal wieder hinterher ja oder wobei gefühlt noch einer stehen müsste alter die polizei meine da bist du du ziehst mich 250.000 kriegst du für die wenn du die ausforderung mit den dingen schießt komisch haben wir bekommen aber vielleicht hatte ich auch schon viel geld ich habe gerade die ausforderung abgeschlossen ich habe jetzt 250.000 gerade gekriegt habe es jetzt die 50 waren weiß ich nicht aber es gibt es besser sein so da war ich nehme sie gerne die kohle ein bisschen um ballern so ich habe gefühlt abgehängt weil wir raus aus dem untergrund hier macht das ich bin hier noch ein bisschen dann ja gar nicht damit ist mit den idioten rum ich habe mein lieblingsversteck wieder benutzen die kopf abzulenken na klar das ist das einfachste einfach drücken unter die autobahn dabei ist auch noch gerade in der nähe war deswegen na ja gut ja die sind auf mich drauf die wollten auf mich ich sollte jetzt verschwinden sehr vorsichtig marcus hier ist alles voller brühen also quasi am zielort ach fahr mir doch nicht ins auto du voll sparten jetzt bin ich froh ich hoffe ich hatte das kopf dass ich keinen stern bekomme weil die alle rumstehen wenn wir ins auto gefahren sind mein auto ist weg nur die beiden anderen und dafür gibt es naja nur 22.000 ja aber es war jetzt auch nicht viel arbeit jetzt ist so 50.000 vorher war es wieder relativ viel keiner kann aber kids keiner macht ding ist so mann jetzt nächstes aktualisieren ob ich bei von den bösen stehen kein allerdings hat kann ich hatte von hat mich gerade weil die habe ich haben wir schon gemacht habe ich mir ganz ziemlich sicher ja nochmal gemacht ja so so das war jetzt gerade mit dem ladebildschirm so mal die kohle einsammeln ich habe schon wieder fast zwei millionen ich habe schon wieder fast zwei millionen warum machen wir jetzt meine karte da oben hinstellt verstehe ich nicht so einladungen sind raus